Und wo? Ich höre sie doch noch. Wo sind sie? Da! Das ist ein Großer. Das ist ein Großer. Aua. Er geht mir aufs Maul. Aua. Stirb. Alter Schwede. Alter, Alter, Alter. Okay, wir haben keine Munition mehr. Die Waffe. Nur noch die hier. Okay. Der muss Flasche mitnehmen. Da ist Licht. Schönes Licht. Böses Licht. Licht bleibt an. Licht geht aus. Ich weiß es nicht. Ich renne jetzt einfach mal dahin. Ich hoffe, wir finden da irgendwie noch mehr Revolver-Muni. Das ist Zugdepot. Cool. So. So. Schon wieder ein Telefonat. Hallo? Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Alice? Alice? Alan. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich brauche Hilfe. Ich sehe dich an, Alan. Und das bist nicht du. Etwas anderes. Sieh mich durch deine Augen an. Alice? Ich bin... WTF? Creepy. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Geht alles den Bach runter. Und vorsichtig sein. Kooperieren. Okay. Manuskript. Hatten wir schon lange nicht mehr. Das Rohr löste sich aus dem stählernen Brückengerüst. Von dunkel umhüllt schwebte es in der Luft. Und zuckte spastisch. Einen Moment lang verstand ich nicht, was ich da sah. Das schwere Objekt taumelte auf mich zu. Von unmöglichen Kräften bewegt. Ich warf mich aus seiner Bahn. Doch nur um Haaresbreite. Als ich meine Taschenlampe anstellte, bäumte es sich in finsterer Raserei auf und flog wieder auf mich zu. Okay. Crazy. Sie hatte unecht geflungen. Aber sie hatte angerufen. Weiter vorn sah ich eine Eisenbahnbrücke. Und am Ufer gegenüber eine Art Lagerhaus. Ich hoffte dort ein Auto zu finden. Hoffen wir mal. Müssen wir hier lang? Ja, hier können wir hoch. Sehr gut. So. Wer wartet hier oben auf uns? Wer will aufs Maul? Okay, ist die Brücke. Das heißt, wenn das Manuskript stimmt, wird gleich irgendetwas auf uns zufliegen. Oh mein Gott. Wow, 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 wow. Alter. Alter. Wir können hier, glaube ich, unbeschütteln. Alter. Oh, oh, das ist das Rohr. Aua. Alter, aua. 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 Wir wurden von einem Stück Metall erschlagen. Ich hoffte dort ein Auto zu finden. Okay. Das heißt, das Zeugs ist böse. Und wir müssen, äh, das Böse aus die bösen Gestänge austreten. What the fuck? Wie wollte er gerade klettern? So, das heißt, wir müssen unsere Fackeln da nutzen, die wir noch haben. Um die so schnell wie möglich, ähm, Ding festzumachen. Nennen wir es mal so. Ja, kaum Fass. Ein guter alter Freund. Ja, ja. Verpiss dich. Ich gehe jetzt absichtlich hier durch, weil ich weiß, was passiert. Wow. Gruselig. 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 What the fuck? Ich bleibe mal hier hinten. So. All right. da aber ich sehe nix bastat ich hoffe es mal alter vater das sind ja nerviger als echte gegner also echte gegen das ist auch recht der gegner was nerviger als sonst irgendwas alter du kommst doch auch gleich auf mich zu geflogen ich sehe es doch schon oder hier also du fast erstmal das kript was sagst du uns denn so schönes zu seiner visage zu er flehte mich an sie zu öffnen und das arschloch dachte wirklich ich würde gehorchen ich empfand kein mitgefühl mehr schuld auch nicht sein ein moment genoss ich das geschrei ich muss dabei gelächelt haben zu mir war keine zeit das dunkel war hier bei mir in der hütte okay um jetzt mal spekulation aufzustellen könnte wohl der polizist gemeint sein der von bösen getötet wird oder so als mein interesse am schreiben begann war steven king eine quelle der inspiration für mich ich dachte an all die dinge die in seinen büchern lebendig wurden niemand ist in einer guten horror story sicher schon gar nicht die hauptfigur das macht den spaß daran aus das hier war kein spaß die dunkelheit verleibte sich alles ein und sie rückte näher oh oh hi leute hahaha hahaha haha kommt ich habe keine angst vor euch aua ich bin doch ausgewichen hier aua 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 ich soll jetzt noch den großen da ach du meine fresse können wir jetzt ach das offen sehr gut puh hmmm hier rein ich denke mal ja wieso müssen so viele große kommen what the fuck und noch so ein kleiner agro typ ja genau ja haha haha so hallo komm hervor du da so kommt da noch wer ich denke mal ja hmm in light you can hurt them schon wieder leuchtfackeln sehr praktisch das ist wunderbar moni lithium batterie hier kann ich nix mitnehmen hier noch 8 fernsehgruppen wir halten die fakten unseres daseins für sicher dabei sind sie nur eine dünne fassade der selbsttäuschung wahnung für einen kosmos aus wahnsinn und hohen zu oft haben die sterne recht wie night springs night springs oh manuskript hi wake wird vom besessen angriffen jetzt wird vom dunkeln die dunkelheit kam auf mich zu saugte alles auf was nicht niedem nagelfest war zerrte an meiner kleidung ich sah die leuchtfackel die der entführer fallen gelassen hatte und warf mich darauf als ich spürte wie meine füße vom boden abrufen die dunkelheit umschlang mich wie ein tornado irgendwie konnte ich die fakten entzünden die dunkelheit brüllte und stieß mich fort ich fiel in richtung des dunklen sees tief unter mir ok so ja kommt ich weiß dass hier gegner kommen das ist ja wohl offensichtlich man kann es auch rüber treiben man soll ja eigentlich nicht im tank fokussen ja haut mich zwei head down kann nicht wahr sein ja komm weißt du man kann es auch ein bisschen übertreiben mit den gegnern aber nur ein bisschen schützt sie doch nicht ok ja gut dass er das selber über fährt übrigens muss ich den überhaupt zerstören oder nicht ich weiß es nicht kann ich den knopf betätigen knopf drücken mach Tor auf oh mein Gott alter was machst du hinter mir geh weg wie weit ich dich los au das wird noch ein harter kampf mit dem hier habe ich schon im gefühl das wird noch ein harter kampf mit dem hier so so war ja gar nicht so schwer leute hat nur sieben batterien gebraucht dieser tod war ist ja nicht viel aber erst mal wieder autofahren aber bevor wir auto fahren würde ich mal zeigen vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bis es heißt let's play alan wake tschüss meine freunde